Hey Leute und herzlich willkommen zur ersten Folge von Minecraft Valhalla auf meinem Kanal. Ich weiß Leute, die anderen Kanäle haben schon vor ein paar Tagen angefangen. Manche Kanäle haben auch schon neue Folgen aufgenommen, aber ich hab's nicht eher geschafft. Bei mir gab's ein paar technische Schwierigkeiten, ne. Denn ich wollte eigentlich auch schon eher damit aufnehmen. Aber das Problem ist, ähm, gewesen, ich konnte mit den richtigen Mods nicht auf den Server joinen. Und ich weiß nicht warum. Ich hab auch teilweise Probleme beim Join. Ihr seht schon da, vorne wird schon was kleines gebaut von anderen Spielern. Und ich werde mich Mindking anschließen. Der ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt erstmal hallo an dich. Hallo Leute. Und, äh, jetzt, Leute, es wundert euch nicht, ich spiel jetzt auf nem anderen Modpack. Äh, auf nem anderen Texturepack als sonst. Ich spiel nicht auf Specs wie sonst, sondern weil wir gesagt haben, wir nehmen was mithalterliches. Oder in der Wäckingerzeit, jetzt hab ich's. Äh, hab ich ne anderes Texturepack. Und der Witz ist, Mindking hat durch Zufall dasselbe sich ausgesucht, nochmal. Ja, das ist wirklich Zufall. Vor allem, äh, es gibt noch eins, das direkt zum Mod dazugehört. Aber, das hab ich auch runtergeladen. Das werde ich manchmal auch nutzen. Ich bin fast tot, weil mich der Zombie gleich... Alter, ich hab auch zwei Herzen. Ich hab kein Essen. Und nur unter mir warten drei Mini-Zombies. Was soll ich machen? Ich hab ein Headert. Oh Gott, ich fass den Fallschaden runter. Ich seht, ich spiel mit nem Shader, der hielt maximal geil aus. Ähm, wenn ihr wissen wollt, was das ist, schreibt's einfach in die Kommentare. Das einzigste Dumme ist halt die Glätter. Ähm, kannst du mir mal deine Koordinaten durchgeben? Oder TP mich zu dir oder so? Ja, genau. Ähm. Ne, warte, ich tippe mich nicht zu dir. Ich hab ein halbes Herz. Ich tu mich jetzt erstmal kurz hier. Stimmt, es wär nicht so schlau. Also, meine Koordinaten sind 200 und die hintere ist bei 65. Ähm. Oh. Ja, Junge, ich hatte einen halbes Herz. Wurde es beseitigt, hä? Wieso ist bei mir still noch... Ich hab Slash Kill eingegeben. Ach so. Genau, ich fass... Oh mein Gott. Oh, Hilfe. Oh Gott, Alter, ich bin halt fast tot. Ich brauche mich gerade... Ey, es ist so... Fringe, die Leute, die meine Folge hier gerade sehen... Die sehen das halt auch. Gott. Ja. Die Sache ist, bei MyKing sind wir schon mittlerweile bei Folge 9. Ähm. Ja, nicht 9. Warte mal. Ne. Online sind 3. Nee, warte, du hast gesagt 5. Ja, online sind 3, aber aufgenommen hab ich 5. Also, das ist die sechste Folge bei mir. Nein. Oh mein Gott. Wie hieß Simon auf YouTube? Äh, keine Ahnung. Aber er hat seinen Kanal, glaub ich, geschickt irgendwann. Ja, ich will jetzt nicht raustappen. Aber ich muss nicht raus. Oh mein Gott, da ist noch ein Skelett. Willst du mich verarschen? Alter. 1,5 Herzen. Hier. Es ist so peinlich, wenn ich jetzt schon wieder verreckt bin. Ich glaub, Rick ist ausgesprochen. Ich sende ihn einfach Simon. Ist in der Videobeschreibung ganz oben verlinkt. Als erstes vor MyKing, weil... Ey, wieso? Ja, ich weiß wieso. Weil, dank Simon, ich die Mod zum Laufen bekommen hab. Ohne Simon wär ich jetzt nicht hier am Aufnehmen, weil... Er mir die ganzen Links nochmal geschickt hat zu den Mods. Und ich musste nämlich alles nochmal neu installieren. Ich hatte alles runtergeladen, hab alles neu installiert. Keine Ahnung. Jetzt geht's, aber... Ich hab dir übrigens schon einen Helm. Ich hab dir übrigens schon einen Helm. Weil ich war zu dumm und hab irgendwie aus irgendeinem Grund zwei gecraftet. Was? Ich komm glaub ich auch mal Richtung Spawn. Das sind Waschbären. Ja, ja, ich weiß. Ey, aber die sind gefährlich halt. Die können dich töten. Ich weiß, aber ich weiß. Hab ich bei dir schon mal gesehen. Ja, ja. Da ist auch ein Bär. Junge, Speedcrafting am... Was ist das denn? Am Start, wollte ich sagen. Warte mal, wir müssen uns jetzt erstmal kurz finden, ne? Ja, so für Speedcrafting. Ja, ich bin grad am Steintourist-Farben. Also ich hab mir jetzt erstmal hier... ...ne Spitzhörer gemacht. Oho. Alter, was ist denn mit diesem Bär los? Genau, ihr seht auch immer oben eingeblendet, was das für ein Block ist. Und... Also wir sind relativ viele Mods drauf. Ja, ziemlich viele. Was genau, wenn ihr das wissen wollt, dann tue ich es in die Videobeschreibung nochmal rein. Aber, ja. Ich glaube, das will eh keiner wissen. Ja, nee, man sieht es ja auch. Weil es steht ja auch, von welchem Mod es ist, ein Block, wenn man einen Block anguckt. Ja, ja, ja. Also wir haben auch ein Rezeptebuch. Also ein großes, wo alle Dinger drin sind, die man craften kann und alles. Danke nochmal an Minking, der das Projekt organisiert hat. Ja, kein Ding mehr. Und Leute, schau mal so zur Sache. Nächstes Mal, wenn wir noch so ein Projekt machen, nehmen wir keinen kostenlosen Server, sondern da mieten wir uns rein. Weil wir nur Fehlerverhandlungen hatten. Guck mal, der Block wird sich jetzt auch gleich wieder aufbauen. Der hat sich weggebackt. Ja, ja, das ist halt leider einfach ein bisschen Arternos. Ich leckte halt den Arternos-Server, man kennt ihn. Es leckt halt. Aber, alter, die haben hier eine richtige Burg. Von wem ist das denn? Ich muss... Ich muss... Das ist doch Merk. Ja, ja, ich ratee, wem ist das. Das ist von Rixxl. Him and always cross. Ah, das ist von dem. Ja, aber... Ah. Hey, soll ich die einfach beklauen? Nein. Nicht? Wobei, ist nicht verboten. Ja, ja, ich weiß, eben. Aber dann beklauen wir auch. Oh mein Gott, die haben Bücher. Ja, aber nicht so gute. Ich beklau mit Bedacht. Aber die haben... Oh mein Gott, die haben... Die haben ein Ektops... Ektops... Abslassen, Alter. Weil dank Simon bin ich heute hier. Ah, das stimmt, da spielt Simon mit, ne? Ja. Simon ist in dem Team. Äh, ja... Eines tut das auch. Okay, warte, ich... 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 Glau hier nix. Großes. Wenn nur so kleine... Kleine, feine Dingens... Hier so Geisterdings... Weil die sind... Können echt wichtig werden. Stimmt, die hatten auch ne Geisterchest. Ja, eben. Die haben... Einen Friedhof gelootet. Das ist gut, wenn wir nicht brauchen. Ja, Leute, hier gibt's Drachen auch. Ja, Alter, du musst aber aufpassen. Junge, diese Dinge... Das Projekt wird nicht sein, dass ich das Oncut lasse. Ich werde das natürlich schneiden, aber... Wie haben die denn ein Skelettschädel bekommen? Was zur Hölle? Ja, Mods... Durch Mods ist die Wahrscheinlichkeit, dass die das trocken. Ach so, ja, klar, ja. Die sind Pilze. Brauchen wir für irgendwas Pilze? Alter, ich hab den Bobbelbaum gefunden. Alter, wir könnten die so... Wir könnten die so abnormal abpacken, wenn wir den zerstören. Wir könnten Leute abpacken. Aber... Ne, die sind auch Stein. Die können... Alter, wie viele... Alter, was haben die denn schon alles? Oh mein Gott. Die sind doch schon übel weit. Die haben auch schon... Die sind doch schon bei Folge 9. Ich weiß nicht, soll ich denen die Diamanten klauen? Wie viele haben sie? Zwölf. Ich klau ihn zwei. Ja, die werden... Alter, das Ding ist... Ich weiß nicht, wenn die checken, dass wir das waren... Nee, oder? Dann werden wir... Ich will an unserer Stelle die Ding jetzt nicht... Äh, die zeigen. Die Koordinaten. Ja. Wir dürfen die danach nie mehr sehen. Meine Nima-Welt hatte einen... Äh, ne... Ne... Wie heißt das? Eine Minenschacht. Aber... Stimmt, ja. Das hat er mir auch erzählt. Ja, ich hab's im Video gesehen. Aber... Also... Ja, okay. Ich hab mir denn jetzt nicht wirklich groß was gestohlen. Weil wir sind doch nicht so ehrenlos. Dann gehen wir einen Diamant zurück. Ja, ja. Wie? Ich hab jetzt nur zwei für beiden. Einen. Das... Das Sprungbrett. Alter, die haben hier ja richtig viel schon gebaut. Was? Ey, wir sollten jetzt übel unbedingt mal zueinander finden irgendwie. Bauen wir uns auch dann irgendwann so eine Base? Oder lassen wir das mehr sein? Sind wir so typisch Wikinger? Wir gehen irgendwo hin und fucken alles ab. Unser Name auf unserem Discord ist grad nicht so, dass die Häusigen... Aber... Haben wir Essen irgendwas? Es muss doch irgendwas effektiv... Ich hab gar nichts zu essen. Aber an Lachs kommt man so einfach ran, ist die Sache. Ja, es gibt eigentlich viele Sachen. Aber wie... Also, warte mal. Wo bist du denn jetzt? Ich glaub, ich bin jetzt gerade... Nein! Oh mein Gott, Alter. Ich wär fast gestorben. Ich hab ne Brücke gefunden. Ich hab ne Brücke gefunden. Ja, genau. An der Brücke... Wenn du dort bist, dann hast du Glück. Ähm. Und zwar müsstest du fast meinen Namen sehen. Ich bin relativ nah am Spawn. Okay, ja. Ich bin jetzt hier bei der Brücke. Das ist Holzfall. Bei diesem Turm. Wer hat denn diesen Burm gebaut? Ähm. Ja, aber die Brücke ist echt nicht so scheiße. Aber ich hab nix zu essen. Ja, ja. Ich hab ne Brücke gelaufen. Und siehst du meinen Namen? Äh. Nee, bis jetzt seh ich noch keinen Namen. Ich bin jetzt... Ich seh die Brücke. Doch, jetzt links... Äh, rechts an dir. Und wie? Ich hab... Nee, hinter dir. Hinter mir? Hä? Achso. Ja, moin. Okay. Perfekt. Äh, warte mal. Hier, nimm erst mal das hier. Hier. Ich hab den Helm getroppt. Genau. Dann hat man schon mal etwas. Hab ich mal hin einen Helm? Ja. Jetzt. Okay. Wo wollen wir hin? Wo wollen wir uns irgendwo? So. Ähm. Ich hab ne Höhle. Ich würd gern mal in die Höhle rein. Okay, ja. Die Sache ist, ich hab halt so tot in den Shader. Da brauch ich nur ne Fackel in die Hand zu nehmen. Ja, ja. Ich hab das hier auch so. Jetzt muss ich überlegen, wo war das denn der? Okay, was hast du in die Höhle gefunden? Ey, die sind ja wie bei dem Namen Sporn. Ja, ich weiß. Ich will ja auch nicht hier bleiben. Aber ich will einfach mal in die Höhle. Ja, ja. Aber... Ich war hier irgendwo. Ich bin halt zurückgelaufen wegen dir. Hier ist ein Waschbär. So vorne ist ein Berg mit ner Brücke. Ach, da oben wohnt ich. Ja, ja. Da war ich gerade auch. Du musst dir aufpassen. Achso, da war's. Der war's. Aber hier vorne... Hier vorne... Wir müssen eigentlich... Hier ist ne Höhle. Hier ist ne Höhle. Ich hab eine gefunden. Du bist falsch. Du bist drauf vorbeigelaufen. Ja, hier. Ich bin aber über ne Höhle. Ey, wo bist du? Wo bist du? Oh, mein Alter. Ey, weißt du, was wir unbedingt machen müssen? Wir müssen ein Ameisennest finden. Weil, wenn wir die Könige töten, können wir die... Hier, hier. Können wir die zu unseren Untertanen machen. Hier kannst du eine Fackel nehmen. Ja, gerne. Gerne, gerne, gerne. Ach, hier ist die Höhle, die du meintest? Ja, ja. Okay. Ja, wie gesagt. Wir müssen unbedingt ein Ameisennest finden. Das fängt man vor allem im Dschungel. Aber ich weiß halt nicht, wo das hier im Dschungel ist. Eisenherz. Oh, lol. Okay, baust du das ab? Dann geh ich mal hier noch... Hier ist noch Kupfer. Ich nehm das mit. Es ist halt geil, dass es einfach Kupfer gibt, was jetzt erst in Minecraft in 1.17 reingepatcht wurde. Ja, ist wirklich so. Hier ist auch noch Kohle. Die kannst du aber sonst noch ein bisschen snacken, weil ich hab noch... Lass uns die Koordinaten so selten dir wirklich zeigen. Was? Wie willst du das mit den Koordinaten... Soll ich die zensieren immer? Aber ich hab sie gesagt vorhin, das war dumm. Ja, aber auch hier ist auch Ende Gelände. Da hast du die Koordinaten nicht gesagt. Hab ich die nicht gesagt? Nein, aber du brauchst so unter mir Glück, das ist wahnsinnig. Ja, wegen Kohle. Dann wärst du so runtergefallen. Ja, aber... Ich bin ohne Tobi, true oder false? Was? Ach so, da... Na, ist Inventar behalten an oder aus? Äh, das ist aus. Ich bin schon mehrmals gestorben. Also, man verliert dir das mal sein Inventar? Ja. Ist ein bisschen scheiße, aber egal. Ja, es macht halt was interessanter, ne? Ja, genau. Äh, okay. Ah, da kann ich das Schwarzreichen machen. Okay. Also, hier haben sie schon mal auch Sand gefarmt. Äh, ich brauchte ja was mit Klaas. Ich weiß es gar nicht. Wieso? Was ist heute da hinten? Ich hol mir doch die Fische, weil wir brauchen halt Essen. Ja, Essen ist wirklich wichtig. Hast du irgendwie schon Essen oder so? Äh, ich hab aktuell... Ich hab halt nur Seeds. Sonst hab ich gar kein Essen. Ich hab halt rohes Fleisch. Oh. Ich vermuste. Äh, ich vermuste. Ich ertrink... Äh, ich... Ja, ich ertrinke, wollte ich sagen. Alter, der Shader ist schon geil, aber irgendwie ist es doof, wenn man gegen die Sonne läuft, weil dann wird man geblendet. Ja, ist aber wirklich so. Aber irgendwie find ich das auch cool. Dann hat das ein bisschen mehr... Ja, ist einfach eine rohe Sklappe. Ich hab ne Schlucht gefunden, ne? Ich hab ein Dorf gefunden. Loote du das Dorf. Äh, ich warte hier bei der Schlucht. Ja, okay, easy. Oh Gott, das wollte ich jetzt nicht. Ich hab gerade übel geleckt bei mir. Oh mein Gott, wenn hier noch Felder sind, das wäre so geil. Ich bleib hier. Alter, die alten Minecraft-Dörfer. Oh ne, das wurde gelootet. Ah, da waren die wahrscheinlich. Da weißt du, wo die Flücher her haben. Aber kannst du mir... Stimmt, doch, scheiße. Wo hast du Öfen? Ofen, ich hab einen Ofen. Kannst du dann zum Hier kommen mal mit? Äh, ja. Ja, hier ist glaub ich alles glücklich, oder? Hier ist alles leer, ja, ja. Scheiße, aber auch keine Felder hier irgendwo. Hier sind einfach gar keine Felder, hä? Das ist nicht schlimm, ich hab viel Fleisch. Also wirklich relativ viel. Ich hab zwölf Fische, ein Fleisch, ein Wind. Ich mach noch mehr Öfen, das ist auch sonst ja zu lange. Ja, aber das Toff ist übel groß. Ja, warte, ich bin eigentlich direkt bei dir halt. Ich weiß. Och toll. Du sag mal, ein bisschen Kohle rein in den Ofen. Ja, ich könnte hier noch Kupfer ein bisschen schmelzen. Nimm mich mal ein Auge an. Ich würde Eisen bevorziehen, vor Kupfer. Ja, ich hab halt kein Eisen. Aber egal. Also ich hab noch 38 rausgenommen. Doch, hast du. Ah, nee, ich hab das. Ich hab das rausgehauen. Jaja. Das sieht einfach aus wie Pizza. Okay, also wollen wir dann jetzt direkt unter die Erde, oder was? Ja, ich möchte in die Schlucht gehen. Achso, ja, bestimmt. Das meinst, das meinst, das meinst. Scheiße, es ist nicht meins. Ah doch, lol. Ich war am anderen Hofen. Okay, also die Schlucht. Wo war denn hier die Schlucht? Ja, wie sitzt mein Minecraft eigentlich auf Englisch? Ja, das ist wegen den Mods. Die sind halt auf Englisch. Mods auf Englisch, okay, ja. Und das meiste, deswegen zeig ich das meiste Englisch. Mein Eisen, ja. Hallo? Was, was? Hast du noch Eisen? Äh, nee, also nur gebraten ist. Ja, ich weiß nicht, ja mit Eisen. Achso. Ja, warte, ich kann dich, äh, du brauchst übrigens einen Hammer für Platten zu machen. Und mit den Platten kannst du dann Rüstung machen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal irgendwo gesehen hast. Ich hab jetzt sonst hier einen Hammer. Den kannst du, äh, ja benutzen. Wenn wir über das Eisen machen keine Rüstung machen, wie geil ist das denn? Ja, ja, und hier sind die Eisenbarren. Ich weiß gar nicht, wie das mit Silver-Ingots ist. Kann man da, ah doch. Was? Machst du den? Den kann man mit dem Hammer-Dingensen. Achso, den musst du einfach da reinpacken mit dem Eisen und dann, äh, ja. Kommst du auf die Rechte Platten halt. Ivan-Platte. Da mach ich mir mal, ich mach mir, glaub ich, ne Chestplate. Erstmal. Ja, ja, das musst du unbedingt als erstes machen, weil das geht am meisten der Rüstungspunkte. Ich hab noch mehr Essen, da. So. Also du hast zwölf Lachse, Alter. Ja, ich hab gefarmt. Moin, der Lachse lebt bei dir. Alter, wie gar mein Kind damit aussieht, wie geil ist das denn? Oh mein Gott, die Schlucht, oh mein Gott. Alter, war das knapp. Ich hüpfe hier so fröhlich durch die Gegend und ich wär fast runtergefallen. Junge, ich sag dir noch so, da ist ne Schlucht, da ist ne Schlucht. Ja, und ich idiotisch, Alter, einfach schweißer. Wir haben sogar noch ein bisschen Eisen. Alter, scheiße, ey. Da liegt ein Cool Iron. Ja, okay, das passt ja. Mach nur noch ein bisschen Werkzeuge. Das ist auch immer ganz praktisch. Oh, dazu braucht man auch so ne Platte, Alter. Ne, ne, zum, für die Dings nicht, für die... Ne, aber für, für nen Ding halt, wie heißt das? Schild. Echt? Ja. Ja, ne, das geht auch ohne. Nein. Ja doch, ich kann ein Schild ohne machen, hä. Kannst du das nicht? Dann hab ich vielleicht das Crafting zu pfauen. Äh, wie geht das? Machst du so. Hahaha. Ja, moin. Was machen wir mit den Dias? Ich würd erstmal noch gar nichts draus machen. Ja, okay. Ich hoffe einfach nicht, dass ich in Lava falle, sonst ist das Ganze ein bisschen... Kann ich die Dias haben? Ja, ich weiß nicht. Ja, hier, gönn dir. Vielleicht ist das eigentlich die Hälfte, vielleicht. Ist eigentlich eh nicht mein eigen, von daher. Achso, stimmt. Du hast ja noch gar keine Dias. So ehrenlos. Direkt, er ist mir geklaut, Alter. Direkt, er ist mir geklaut, ja. Aber ich tu mir immer eine Eisenpegel machen. Ja, ja, hab ich auch gemacht. Ich könnte... Ne, es reicht nicht mehr für ein Eisenschwert, da fehlt uns ein Eisen. Perfekt. Äh, ich hab aber noch 16. Du hast noch 16 Eisen? Ja. Oh mein Gott, ich bin hohl. Ich hab Platten draus gemacht. Hm. Och, ne. Kann man noch irgendwas anderes über Platten machen, außer Rüstung? Äh, ich glaube nicht, oder? Ich weiß es nicht. Warte, lass mal gucken. Rezeptebuch. Anderes Rezeptebuch. Ey, wir müssen dann unbedingt Full Deer werden. Dann können wir uns, äh, einen Drachen holen, überirdisch. Dann können wir Drachenrüstung machen. Und dann können wir uns Drachen... Kassere Drachen töten. Und dann könnten wir die zu unseren eigenen machen. Dann könnten wir die reiten und die anderen so attackieren. Dominieren halt, ja. So, was kann man denn daraus machen? Man kann einen Widderkiller machen. Hm, man kann ein... Ne, ja, Eisenhose-Zeugs. Was ist das denn? Iron Air Tank. Ein Lufttank. Wahrscheinlich für unter Wasser oder so. Als ob. Ey, es gibt sowieso so viel. Mit diesen ganzen Mods, Alter. Komm gar nicht drauf klar. Und ne Schere. Ja, ich mach mir eine Schere, oder? Wobei, ist eigentlich sinnlos. Ich hebe es noch auf. Wir müssen bestimmt eh nochmal neue Rüstung irgendwann machen. Ja, ja. Genau. So. Oh, mein Inventar ist jetzt schon wieder so gar nicht aufgeräumt. Hm. Hängt schon gut an. Ja. So, lass uns los machen. Meine Werkbensch. Hab ich die? Ah, ne, du hast die. Okay, perfekt. Ich hab... Stimmt, ich hätte meine gar nicht dabei, weil ich hab ja das ganze Zeugs noch in meiner Hütte. Wo ist denn die Hütte? Ja, die ist so eine kleine Bruchtbude irgendwie hinter ihrem Berg da irgendwo. Sogar ziemlich nah. Okay, Achtung, hier irgendwo ist die Schlucht. Oh Gott. Ja, ja, hier, wir sind da. Mach mir Water Emalogy. Ich hab einen Wasser Eimer. Ja, ich eben auch. Aber wenn es leckt, wird es halt gefährlich. Ich hab eine Idee, ich geh da trotzdem. Alter, ich werde geblendet von meinem Eimer, weil sich die Fackel da drin spiegelt. Stimmt. Bei mir auch. Das Ding ist, mein Skin ist ja so weiß. Das spiegelt auch extrem. Ich muss irgendwas in die Hand nehmen, so Gobblestone. Alter, ich hab da. Oh mein Gott. Da ficken die Dingens. Ja, ja, Phantom. Oh, scheiße. Komm, wir gehen dann runter. Ist irgendwo Wasser? Ach, perfekt, Alter. Das ist nicht wahr. Wo bist du? Warte, stopp. Ja, ja, ich bin noch hier oben. Oh, nee, Manu? Alter, kommen die jetzt auf den Server? Nein. Nein. Nee, jetzt auch auf. Nein. Ey, geht grad rein. Scheiße. Aber nee, warte, wir haben die ja nicht beklaut. Das ist ja gut. Die waren ja die anderen. Ja, ja. Die sind doch nicht im Aufnahmespaar. Nee, ich hoffe nicht. Die kommen gleich. Oh Gott, jetzt kommen noch Zombies. Ich muss mich ganz kurz einbauen. Ich muss da runter. Ich brauche irgendwie einen Eimer oder so. Ja, ja. Warte mal. Ja, ich bin da. Das heißt, das heißt, das heißt, ich komme jetzt hier aus meiner... Ja, ich gucke mein Zeug. Ah. Warte, Achtung, ich helfe dir. Oh, ich bin runtergefallen. Ich lebe noch. Ich bin runtergefallen. Hier unten ist ein Schatter. Was? Wieso Gauna? Wieso? Äh, habe ich sie hier überfallen? Nein, nein, hast du nicht. Oh, wieso? Au. Soll ich nicht mal gestärken. Hä? Was ist denn hier? Äh, ich höre einen Drachen. Äh, ich auch, aber ich bin hier unten in der Höhle. Ah, du bist unten. Ja, ja. Ach, stimmt, du hast ja überlebt. Äh, wo? Äh, hier. Ah, ja, hier. Ah, ja, wo ich bin. Boi. Alter, Alter. Okay. Ich habe... Also, irgendwie wäre es halt geil, wenn ich einen Drachen finde, aber die unterirdischen Drachen, die sind halt übergeil. Warte, ich muss kurz... Ich... Die klassische... Äh. Warte, Alter. Alter, was ist das? Alter, verpiss dich. Mann, wie süß denn diese Schluchttür wieder zu Ende? Ey, ich habe so Angst, denn hier jetzt ein Drachen ist, wir werden so gefickt. Da ist Eisenherz, du hast Eisen übersehen. Nö, ich habe einfach nur... Ich bin einfach nur kurz hier lang gelaufen und habe geguckt. Okay, alles klar. Leute, es wird regnen. Alter, hast hier viel Kohle. Nein, ein Creeper. Oh mein Gott. Alter. Ich hasse diese Viecher. Ich habe mein Schild auf einem Hotkey auf der Maus, da kann ich einfach drauf switchen. Ja, ist für mich halt kritisch. Ich habe... Äh... Ja. Ja. Äh, du hast noch Essen, oder? Für dich? Was ist? Du hast noch genug Essen für dich, oder? Im Moment. Äh, zwei Fleisch und den Lachs hast du komplett genommen. Äh, echt habe ich da? Okay, sorry. Ja, ich habe noch fünf Lachs, von daher, dann kannst du da noch ein bisschen mehr. Ja, dann hast du doch nicht komplett. Ja, dann habe ich sechs, alles gut. Aber renne ich weg, wir kommen besser, wenn wir zusammenbleiben. Ja, ja, ich habe hier nur kurz das heißen Loch geholt. Dieg auch, aber ich bin so voll im Varro-Feeling. Stimmt. Ja, ne, aber was wollen die für uns? Gut, aber die haben ja auch schon Dias. Die könnten uns so überrumpeln. Das Serverleckte zu hart rumkommen. Bei mir geht's noch klar. Also, wieso sind diese Phantome hier sogar in der Höhle? Höhle, Allah. Da geht oben ein Kotz. Hast du gerade bei mir Fallschaden bekommen? Ja, ja, nicht. Also, ich habe keinen Fall. Wo bist du denn? Bei mir hat gerade was Schaden bekommen. Ja, ja, aber wo bist du denn? Hier unten in der Höhle drin. Ich hab hier unten Eiser gebaut. Wurte ein Krassheimer. Hattung bis da hochkommt, bin ich los. Metalljahrein wollen wir ein bisschen weitergehen. Also, wir werden jede Kohle mitnehmen. Ja, ich bin hier auf Bicklevel auf. Ja, gut. Weil wenn wir verzaubern... Ja, das müssen wir auch unbedingt, wenn wir uns einen Drachen vorknüpfen wollen weil die sind echt stark wir brauchen halt mit es ist die Erholme er war aber das sind doch von den anderen ich war gerade sagen komm jetzt wieder alle online um aufzunehmen was kommen jetzt alle online auch nie scheiße die wissen das was die mich ihm einfach die Schuld auf Manu und sie haben das machen wir es ist einfach mal aber sie ist die dürfen diese Folge nie sehen ich hab die Gäste oder es wird rausgekattet naja ich schneid alles raus ich schneid alles weg ja perfekt er wird wissen dass wir die Gauner sind Manu hat uns extra als Gauner bezeichnet ja genau also so unrecht hat man ja gar nicht eigentlich schon oh blöd das hast du geschrieben blöd da ha 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 x ne ja lustig ok äh da rüben ist irgendwie gar nichts mehr also sicher? also ich hab nichts mehr gesehen vielleicht findest du noch was aber ich bin zu dumm hä 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 ich hab mir ist runtergefallen let's go ich bin daneben gesprungen ja äh ja also vielleicht graben wir uns dann einfach runter oder wie äh weiter also hier ist auf jeden Fall noch Kohle Alter wenn die hier herausfinden dass die Dias fehlen oh Gott und wenn die vor allem uns dann beschuldigen dann sind wir richtig am Arsch nicht so ist ja nicht verboten ja schon aber trotzdem die werden den Fake bestrafen Alter sag mir noch so wie man sagt mir noch mal so zu dem wie man in die Base kommt zu denen weil ich halt kurz auf dem Server war oh damn ja dann lass uns noch tiefer graben auf Höhe ja das würde ich hinten machen das würde ich hinten machen also am Arsch der Heide so dass wir beide den Weg nutzen können wo bist du denn? ach hier hier ok ja warte ich lauf dir nach und baum mal hinter uns äh ich hab nix das tant auch Diorit was kann ich hier platzieren aber wir sind immer noch auf Höhe 40 ne? ja ich weiß ähm was machst du denn? oh Gott oh das Eisen nehm ich mit aber wir sollen jetzt wieder weg äh kein Alter oh mein Gott Alter Junge Junge Alter oh Gott ich bin so kurz in den Wassereimer in der Hot ey zum Glück zum Glück hast du das so im Griff Alter ich wäre komplett überfordert gewesen ich hab den sogar nicht mal auf dem Hotkey voll dumm äh wie lange willst du die Folgen machen? weil ich bin jetzt schon bald bei einer halben Stunde oh ja ich bin auch schon bei 27 Minuten ja gell haha ok ähm so Leute das war's mit der ersten Folge äh wir nehmen jetzt gleich noch eine zweite auf auf jeden Fall und dann werden wir sehen auf jeden Fall kurzen Schreck noch grad am Ende gehabt ja Manu und äh und Marcel sind jetzt auch schon im Talk äh ja also die sind schon im Talk ja ja die sind schon im Talk aber also ja nicht mehr oh ja oh Gott interessant ja wenn ihr wissen wollt was rauskommt dabei wenn die anderen Leute mitbekommen dass sie sie gestohlen haben schaut unbedingt in der nächsten Folge vorbei ja und dann würde ich sagen äh haut rein Leute ciao 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 ciao